Hallo und Eko Mai, herzlich willkommen zum heutigen Fortnite-Shop am 8.4. Und er ist in 3 Sekunden da. 2, 1, und dann schauen wir mal. So, dann fangen wir doch mal an. Und zwar haben wir hier das Stillschweigen-Paket mit Stillschweigen. Wen wundert's? Einmal... Also das ganze Paket ist nach 32 Tagen zurück. Hier sind die stillen Klingen. Und hier haben wir das abgenutzte Schwarz. Alles nach einem Monat zurück. Dann haben wir Last Forever. Auch nach 32 Tagen zurück. Und Rolly auch. Dann haben wir Acuna zurück. Hier mit dem Backblink. Ist nach 31 Tagen zurück. Genauso wie Kenji. Und der Falke. Den ich immer noch sehr nice finde. Und die Klauen. Und den Schnellschlag. Und dann haben wir hier Kobra. Den finde ich auch ziemlich cool. Der ist nach 117 Tagen zurück. Die Knochenfänge nach 416 Tagen. Und Neongift. Die Lackierung nach 457 Tagen. Dann haben wir Shot Color. Der ist nach 596 Tagen zurück im Shop. Und somit das seltenste heute. Dann haben wir noch Amadello. Günstiger Skin. Nach 280 Tagen zurück. Dann haben wir ein ganz neues Remote. Seestock. Und dann haben wir Bürokraft. Ist nach 31 Tagen zurück. Dann haben wir Los, Los, Los. Nach 104 Tagen zurück. Der hört hier gar nicht auf. Dann haben wir Klappe, die 14. Nach 136 Tagen zurück. Und dann haben wir hier immer noch Freaky Frühling. Alle noch da. Hier auch alle noch da. Und hier auch alle noch da. Und dann haben wir unter die Sonnenangebote. Jetzt das Sonnensoldatenpaket. Was gestern reingekommen ist drin. Und wir haben noch das Sturmlichtpaket. Auch noch drin. Ja. Das war's mit dem heutigen Shop. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Sam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018